Der KZUR SC präsentiert Wildpark TV, powered by Baden TV. Patrick Dolle, Glückwunsch zum Sieg gegen Babelsberg und vor allem auch zum ersten Saisontreffer. Was ist es dann für ein Gefühl, wenn die Kugel endlich mal drin ist? Ja, es ist ein geiles Gefühl. Dass es noch der Siegtreffer zum 2-1 war, denke ich, war sehr wichtig. Aber ich bin ehrlich, es ist wichtig, dass wir gewonnen haben. Es war jetzt nicht entscheidend, ob ich den Treffer gemacht habe oder jemand anderes. Alles wichtig ist die Mannschaft.